Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Super Smash Bros. Brawl. Ich freue mich schon voll, ich freue mich, denn wir betreten ihn endlich, den Subraum. Da wo das ganze Böse herkommt. Und ich will nicht drauf warten, wir gehen rein, sofort. Ich freue mich. 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 Ich hoffe, ich habe die richtige Wahl getroffen. Werden wir dann sehen. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich... Ich weiß überhaupt nicht, ob ich... Okay, Kirby. Gut. Er ist mal fast drauf gegangen. Alles klar. Okay, hier kommen Gegner. Ich muss ja... Ich muss ja... Ich bin der Aufgeber. Okay. 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 Der Kirby, der Kirby, der hat Bock. Der Kirby, der hat Bock. Ich glaube, der hat ja gar nicht. Ich habe noch keinen einzigen Schaden genommen. Hilfe. Hilfe. Uh, Kirby. 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 Oh mein Gott. Riesenkörby. Und BÄM. Wow. Und Riesenkörby waren alle fertig. Oh Gott. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, ich glaube, man merkt es, dass langsam das Finale wird. Weil das hier einfach nur noch krank ist. So. Okay, Körby. Du wirst hier nicht mehr so lange leben, aber wir hoffen mal das Beste. Nicht wahr, mein Freund? Wir hoffen das Beste. Gut. Nein. Auch wenn ich irgendwas hasse, dann ist das der. Wenn ich was hasse, dann ist das der. Ich hätte Donkey Kong nehmen sollen. Ich habe vorgestern noch ein Video auf... Nein. Fuck you. Ich habe vorgestern noch ein Video von WatchMojo geguckt. Das kennen bestimmt einige von euch. Die machen immer so Top Tens. Ich habe gefühlt zwar schon alle gesehen, aber... Auf jeden Fall war da Top Ten unfairste playbare Charaktere. Und, äh... Also spielbare Charaktere. Und da war tatsächlich Meta Knight bei von Super Smash Bros. Brawl. Ich weiß zwar nicht warum, weil ich bin den gar nicht so übert. Oh mein Gott! Das ist doch krank. Das finde ich ein bisschen krank. Okay. Bitte lass da nix mehr kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ne. Okay. 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 jetzt war ganz im ernst wie das war jetzt ein bisschen zu hart muss ich ganz ehrlich sagen wo wieder alles von vorne alter wie ich einfach jetzt schon mit kirby versagen werde er hat jetzt schon 53 prozent und jetzt kommen hier die ganzen sporn kack dinge einfach weitergehen einfach weiter die tuffel hätte ich ja schon gerne einfach weiter die wolke töten die wolke kommt nicht wieder nein zack zack boah zack okay das das ding ist kaputt nein nein kirby fuck it metanite fuck it okay kommt schon metanite wir sind wieder bei der krassen stelle was wie jetzt schon ey das war viel zu kurz nein nicht schon in der ersten runde alter nein ey das ist doch krank ehrlich ich war in meiner attacke alter alter was denn ey das ist krank das ist ja ey jetzt kann doch nicht wahr es ist so unfair es ist einfach unfair ja ja ich hab nur noch einen hab nur noch einen gehackt her danke danke für nichts so Gottverdammt es ist so es ist so unfair ehrlich es ist zum kotzen was daran ist bitte fair was daran ist fair da ist gar nichts fair fickt euch super kirby große klasse natürlich 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 ich Egal Boah Wieso ich diese Steinattacke liebe, ne? Das glaubt ihr gar nicht Ohne diese Steinattacke wäre Kirby einfach nicht Okay, ich bin immerhin schonmal mit Kirby durch Den werde ich jetzt eh nicht überleben War so klar Okay Oh, der ist sogar ganz gut, dass ich das Ding bekomme Was? Wie ist bald ab? Ja, Mieter, nein, tot Es ist zum Kotze Es ist Okay 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 Captain Du bist mein Mann Oh mein Gott Oh mein Gott Oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020